Tor! 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 Das ist unglaublich! Kopfball Tor! Kopfball Tor! In der 90. Minute! Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Und zwar haben wir Foot Hero Shapeshifter Diego Melito in unserem Team. Und zwar habe ich mich für die ZOM-Karte entschieden und nicht für den rechten Flügel, weil ich für den rechten Flügel in der Serie A ja schon Philippe Andersson habe. Und dann dachte ich, gehe ich lieber mit ihm. Er ist auf Football auch besser bewertet. Hat Hochmittel Work Rates, Forster, Forster und sehr, 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 sehr starke Stats. Leider ein Average Body Type. Deswegen weiß ich nicht, ob man dieses krasse Dribbling von 97 auch auf dem Platz spüren wird. Aber wir werden einfach sehen, was machbar ist. 94 Pace, 95 Schuss, 94 Passiv, 97 Dribbling, dazu 88er Physis. Absolut starke Werte. Und wir werden einfach gucken, wie er sich macht. Kommt auch gerne auf meinen Disco Server. Erster Link in der Videobeschreibung, um dann einfach mit mir über die aktuellen Geschehnisse in FIFA zu diskutieren. Wir haben hier eine Karte. Durch den Hawk Camp Style geht das Tempo noch mal ein Stückchen hoch. Der Schuss wird gepusht, vor allem der Long Shot, welcher nur bei 85 liegt. Und die Physis, wo die Sprungkraft, die Stärke und die Aggressivität noch mal einen deutlichen Boost kriegen. Man könnte ja auch mit einem Basic Camp Style gehen, mit einem Hawk Camp, eben mit dem Hawk, mit dem Dead Eye. Man könnte hier gehen mit einem, mit was noch? Mit einem Engine könnte man eventuell gehen, um die Beweglichkeit und Balance zu maximieren. Aber ich habe mich einfach mal für den Hawk entschieden. Wir gucken mal, was wir da machen können. Wir haben hier ultra krasse Werte. Im Schuss, 99er Abschuss, 98er Stellungsspiel, 95er Schusskraft. Im Passen haben wir kurzer, langer Pass, 97, 96. Wir haben in Dribbling eine Beweglichkeit und eine Balance von 94, 95. Dazu Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe, alles 96, 97 oder 98. Wir haben aber auch eine 99er Kopfballpräzision, eine 98er Sprungkraft, ausreichend Ausdauer, sehr gute Stärke und mehr Aggressivität. Eigenschaften haben wir den angeschnittenen Schuss und den Powerkopfball und wir werden in der Foot Champions Weekend League mit diesem Team mal testen, was möglich ist. Also wie fühlt er sich mal am Ball an? Ja, er fühlt sich natürlich, ja, ist in Ordnung. Er fühlt sich in Ordnung an. Es ist nicht so ultra krasses Dribbling, was wir mit ihm hier haben, aber ist schon okay. Da haben wir ihn super positioniert und das ist der Rage-Grid vom Gegner. Erster Schuss, erstes Tor. Kann man machen. Ja, gut, gut im Zweikampf gegangen von Milito da. Nach Dur gut am Ball geblieben, angestehender Schuss, straight. Komm nicht wirklich zum Vorschein. Wieder Milito, aggressiv da dazwischen gegangen, hat gedrückt, hat gepresst und mit seiner Füße, es kommt halt eben auch so gut an die Bälle ran. Super durchgesetzt, er muss rein. Oh, das war so dumm. Das war so dumm von mir. Oh mein Gott, wie dumm war das gespielt. Da kommt dann direkt die Rechnung dafür. Direkt im Anschluss jubelt er dieses wunderschöne Tor. Direkt im Anschluss. Ich mach scheiße, er kriegt dafür abseits und macht es 1-0. Oh ja, schöner Laufweg von Milito hier. Und was war das denn? Wie zum Teufel kommt alles Sonder in dieser Geschwindigkeit dahin? Schwacher Fuß war auch nicht so ganz so geiler Schuss, aber alles so geht mir übel auf den Satz übrigens. Aber er macht es gut. Er macht es in Ordnung und der Kopfball war schmutz. Ja, der Koffer war schon besser, aber auch nicht nicht tödlich für den Torhüter. Nicht mal mit Dusel geht irgendwas rein. EA will nicht, dass es dieses Spiel gewinnt und das werden wir auch an der Chancen aus Beuteseen am Ende. Und das ist es jetzt. Das ist es! Endlich! Meine Fresse! Ja, also seine Schüsse sind nicht schlecht und Lausanne hat es jetzt verletzt. Ja, super klasse. Geil. Der Laufweg war nicht ganz optimal. Der Pass war okay, aber der Laufweg war gut gedacht, aber irgendwie ganz komisch vollendet. Da ist er, da ist er super frei und wie zum Teufel kommt und alles sonder dran. Ja, da haben wir den Raum und das dauert einfach so lange, bis er da wirklich was hinzaubert. Ja, also vorm Tor, ich weiß noch nicht. Irgendwie ist er da nicht so tödlich, wie ich mir erhofft hatte. Klar, er ist kein Stürmer, kein Offizieller von der Karte. Er ist ein Zehner. Ich spiele ihn aber im Sturm und der hat mit 99 Finishing und was weiß ich. Also eigentlich sehr gute Voraussetzungen für einen Stürmer. Hier in Lausanne kann es ja auch anscheinend. So jetzt mal und der Finesse, der kam ordentlich und der hat gesessen und der war schön. Das ist ein super Schuss. Finesse-Shot-Trade kam mir einfach mal zum Vorschein. Das war super. Also seine Pässe sind top, da kann man gar nichts sagen. Die Pässe kommen immer top, egal ob langer Pass, Dreieckspass, ganz normaler kurzer Pass. Die sind alle super. Die Schüsse sind mal so, mal so. Die Kopfbälle, ja, sie sind immer ganz okay, aber nie wirklich, wo ich sagen würde, wow, der haut das Ding hier gerade mit 200 kmh ins Eck. Jetzt vielleicht mal, nee, da kommt das gar nicht ran. Durch seine Größe kommt halt eben auch nicht an jeden Kopfball, was eben auch noch mal so dazu kommt bei der Sache mit den Kopfbällen. Also da der Pass kam Weltklasse, da die Vorlage für ihn. Der Pass kam super. Also da kann man wirklich nix machen, nix sagen. Das sind super Pässe. So, ich würde sagen, wir gehen ins Fazit. Wir haben hier eine Karte, die in fünf Spielen zwei Tore, zwei Vorlagen erzählt hat. Von diesen fünf Spielen habe ich, glaube ich, 1 instant gequittet, weil ich so einen richtigen Schmutzelfmeter kassiert habe, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Habe ich sonst gequittet, ja, das letzte Spiel war nach fünf Minuten vorbei. Das erste Spiel war irgendwie nach 20 Minuten vorbei. Also, ja, fünf Spiele, vier Torvorlagen ist in Ordnung. Ich würde sagen, was ist das für eine Karte? Es ist eine Karte, die kostet nicht viel. Sie kostet irgendwie 300 K. oder sowas. Also relativ günstig, relativ gut machbar, hat super Werte für einen Stürmer. Das erstmal vorweg. Er hat super krasse Werte für einen Stürmer. Und ich denke, man muss einfach ein bisschen mit ihm warm werden. Man muss ihn so ein bisschen kennenlernen, seine Laufwege kennenlernen, wie er sich anfühlt kennenlernen. Dann ist es eine richtig gute Karte. Zudem kommt eben mit der Übersicht, dem kurzen und dem langen Pass und den Effet, Werte hinzu, die absolut überragend sind für einen Zehner. Ihr habt gesehen, ich habe eine super Vorlage mit ihm gemacht. Er spielt super schöne Pässe. Die kommen eigentlich immer an. Sein Dribbling ist vollkommen in Ordnung. Also, ich finde, da kann man wirklich nicht meckern. Es ist natürlich nicht so Messi oder Pelé oder wie auch immer auf dem Platz. Aber es ist durchaus ein bewegliches Spiel auf dem Platz mit dem Average Body Type. Ja, das merkt man ab und zu. Die Bewegungen sind nicht immer so super mega schnell, wie man es sich gerne erhofft oder wünschen würde. Die Kofferpräzision und die Sprungkraft, das sind so zwei Punkte, die sind ein bisschen, ja gut, sie stehen halt da. Und auch der Powerheader-Trade bringt halt einfach nichts, weil er einfach nicht groß genug ist, um wirklich in Kopfball reinzukommen. Die, die er dann mal bekommt, sind einfach nicht powervoll genug, um da wirklich Gefahr auszustrahlen. Deswegen sind die Kopfbälle da relativ Bums. Was gebe ich ihm? Ich würde ihm so eine 2 plus geben. Oder eine 2. Eine 2. Ist eine gute Karte, vielleicht ein bisschen teuer, aber ich finde ihn auf jeden Fall besser als in die rechte Flügelversion. Auf dem rechten Flügel kann ich mir nicht vorstellen, mit dieser Karte zu spielen. Auch wenn er dann natürlich durchaus schneller wäre, einen besseren Schuss hätte, aber im schlechteren Pass und ich glaube sogar ein schlechteres Dribbling. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit der ZOM-Karte gehen. Und ja, habt ihr ihn gemacht? Wie würdet ihr ihn bewerten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bei meinem Video. Bis dann und tschüss.